So, Kaleb hat mein Boot aufgebaut. Jetzt kann ich über kleine Felsen springen. Was hast du da genau aufgebessert? Das kann ich nicht beantworten. Okay, das ist cool. Das ist wirklich cool. Yay, Free Willy! So, wunderbar. Da muss ich aber jetzt weiter. Da waren wir. Da waren wir. Heimatinsel waren wir. Quelle ist hier zum Tempel. Let's go! Ich hab immer Angst, dass das so knapp wird, aber eigentlich packen wir das ganz gut. Komm, das waren Gold. Jawohl! Jawohl! Oho, heiho! So, dann wollen wir mal mit dem. Muss ich mit dem sprechen? Du wirkst zufrieden. Hallo. Hallo auch. Bin ich auch. Wie kommt's? Die Geister sind glücklich. Sie lachen. Und das macht mich glücklich. Ist denn etwas passiert? Ein Freund von dir ist in den Tempel gekommen, um ein Stück Papier zu verstecken. Aber die Geister haben angefangen, mit ihm zu spielen. Er hat Angst bekommen und ist weggerannt. Ich wette, Herr Ekko war hier, um ein Kartenstück zu verstecken. Wo ist dieses Stück Papier jetzt? Es ist jetzt kein einzelnes Stück Papier mehr, sondern vier. Die Geister lieben es, mit Papier zu spielen. Wow. Sie sind dazu in ihrem Tempel gegangen. Vielleicht findest du die Stücke dort. Moment. Kannst du Koa die Tempel zeigen? Sie muss die Papierstücke finden. Los, Apropos, holen wir die Karte zurück. Gut. Let's go. Let's get going. Ach so, ja. Da war ja was. Ow! Ow! An sich ja ganz schön, aber ich habe keine Karte, wo ich mich orientieren kann tatsächlich. Oh. Oh, Mann, ist das gemein. So schön die Unterwasser-Level auch sind, so ekelhaft sind sie auch tatsächlich. Vor allem die unterschiedlichen... Geschwindigkeiten. Der Treft für Siege. So schön die Unterwasser-Level. Wie soll die Unterwasser-Level? So schön die Unterwasser-Level. So schön die Unterwasser-Level! So schön die Unterwasser-Level. So Ow Oh, oh, oh. Super. Jetzt einfach nur noch nach oben, ne? Da kann ich ja mal was trinken. Ja, Bronze. Wir haben das erste Stück. Das ist wirklich klein. Finden wir die anderen? Natürlich. Tempel des Feuers. Ach ja. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Lalalalalala. Ah. Verstehe. Ich verstehe. Au. Hier mach ich mal einen Neustart. Ist nicht ganz so einfach. Muss man wissen. Der war noch einfach. Mach ich mal neu. Ich will es mal wissen. So. So. Oh nein. Oh nein. Da hätte ich zweimal springen sollen. Da hinten muss ich lang. Die Frage ist, wo will ich lang? Um das andere zu kriegen. So. Oh nein! I'm ready! Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Das ist präzise und präzise, schnell. Das war knapp. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. So, die Frage ist jetzt nur... Wo ist der andere? Okay, das war relativ simpel. Also, ne, der letzte Abschnitt. Aber wo hätte ich denn das Erste noch herkriegen können? Oh, ich bin da nicht gut. Jetzt haben wir zwei. Hab ich jetzt schon. Hab ich jetzt schon. Ah, okay. Frage ist... Frage ist... Eine Spring-Spring-Challenge. Eine Spring-Challenge. Das war knapp als gedacht. Oh, komm schon. 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 Oh. Oh, komm schon. Ich finde so den Bass-Busten ein bisschen interessant. Aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich am Spiel liegt oder ob mein Headset einfach so eingestellt ist. Was ist das? Was ist das? Gut, ich will mich jetzt da nicht beschweren. Aber warum finde ich denn die Dingsbums nicht? Das wundert mich tatsächlich so ein bisschen. Gut, den Müll habe ich gefunden. Zumindest mal ein Checkpoint. Oh! 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 Ich musste da auch noch lang. Ihr bösen Halunken hättet mir wenigstens so ein Dingsbums da hinstecken können. Müll oder so ein Puzzleteil halt, ne? So, die Frage ist nur, wo muss das hin? Warte mal, muss das zurück? Ich glaube jetzt nicht, aber... Hä? Ich bin jetzt komplett verwirrt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dieses Ding da so lange tragen müssen. Auf der einen Seite ist man wegen dem Ranking so ein bisschen unter Zeitdruck. Auf der anderen Seite machen die sowas... Machen die sowas Ekelhaftes. Also, dass man das Ding hier so lange tragen muss, finde ich maximal verstörend. Ich finde, das hätte nichts sein gemusst, tatsächlich. Wisst ihr, dass ich das Ding da so lange mache? Und jetzt wohl sie übernehmen, dass man eigentlich oder so lange hingeht. Aber wenn ich muss, innenkursebei ich schnellen. Das Ding, dass ich nicht so lange sage. Das Ding, wenn man nicht so lange... Die Sägeisasnte ist, dass ich nicht so lange. Das Ding ist so lange, weil ich sie irgendwann nicht so lange? Deine Fazer zu machen will! Das Ding ist so schnell, ist so lange. Oh, das Ding, wie man werte? So. Müssen wir natürlich einen extra weiten Weg gehen. Du kannst das Ding halt auch nicht irgendwo hinwerfen oder so, dass du sagst, okay, ich lege das jetzt da ab, dass ich da nicht zigtausend Mal hier den ganzen Weg lang rennen muss. Ist das gemein. Ja. 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 Und wo soll jetzt das erste... Der Müll ist ein bisschen... Entweder haben sie den so versteckt... ...dass man den nicht finden kann... ...oder haben sie ein bisschen zu gut gemeint für meinen Geschmack. Ist halt nervig, maximal. Maximal nervtötend. Naja. Ach, da geht's weiter. Es muss da weitergehen. Naja, zwei Sachen haben wir gefunden, immerhin. Aber wo ist das Erste? Vielleicht weiß Blue mehr. Ja, dann müssen wir zu Blue gehen und sagen, wir haben... So, da wollen wir mal zu Blue, hä? Ja, komm, lade schneller. Das ist schön. Weißt du, wo das viert ist? Ja. Und wo ist es? Ich habe es versteckt. Ich spiele auch gern mit Papier. Mögen die Geister dich leiden, wenn der Stock piep. Wenn wir es finden, finden es. Gut. War ja klar. Auf der einen Seite... Wie gesagt, wirst du dazu gedrängt, schnell zu sein, wegen diesen... Wegen dem Dingsbums. Wegen dem Bronze-Silber-Gold, was sie haben. Auf der anderen Seite... ...bist du halt dazu gedrängt... Oh, das ist gemein. Das war wirklich gemein. Also... Oha. Hä? Ich habe den doch nicht mal... Ah, leck mich doch! Hier we go! Ah, Mann. Ich weiß, der Part geht ein bisschen länger, als er sollte. Aber das Spiel macht es mir nicht einfach. Okay, das geht noch, weil man das kontrollieren kann. Okay, das war cool. Und ein Checkpoint. Okay. 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 Zum Glück sind die Passagen nicht so eklig. Damit war's dann. Macht's gut, Leute.